Ja, keine Ahnung. Hab ich jetzt irgendwie nicht. Ich hab irgendwie nur diesen einen Marker. Ah, doch. Ah, Leute. Jetzt. Den westlichen, das wär der hier. Nie ohne Seife. Doch, das ist dann der hier. Jetzt müsste ich einen Brief... Ja, genau. Gokko. What? Okay, shit. What are you doing here? Da gibt es etwas, das mir Sorgen macht. Eine seltsame, sehr präsente Kraft. Aber es ist nicht Magin, Boo. Diese Kraft hab ich noch nicht bemerkt. Aber ich werde darauf achten. Danke, K.I.O. Schillen. Ich hoffe, dass es nur eine Einbildung war. Ich geh jetzt zurück in meine K.I.O. Schillen-Welt. Alter, wie er das noch extra sagen musste. Und jetzt ist nur noch ein Punkt da. Und dieser Punkt ist Brolly. Und Brolly ist kein Flolli. Der ist wirklich kein Spaß. Ich hab auch ein bisschen Angst vor ihm. Weil der ist halt der Legendary Super Saiyan. Und... Oh, Tenjin Han. Und, äh... Scheiße, der ist echt übel. Ich hab echt Angst vor ihm grad. Oh, soll ich es wirklich machen? Ich muss. Komm. Brolly! Den Dialog lass ich. Das, das Energie, das kann nicht sein. Vegeta! Großartig! So ist es du! G-Kakarot! 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 Es gibt keinen Zeit, Vegeta. Es ist nur eine Frage. Weitere Sente. Wenn wir beide einen dieser, wir füge mit uns. Wir kombinieren, um einen einzigen Warrior zu verhindern. Fusion? Du musst mich schlafen. Warum würde ich füge mit dir? Keine Dank. Ja, ich dachte, dass du das sagst. Aber es ist die einzige Weise, die wir versuchen, zu stoppen Majin Buu. Ich würde lieber Buu mich zu einem Pulp, als füge mit dir. Vegeta, Trunks wurde von diesem Ding absorbiert. Ach, okay. Ach, scheiße, ja. Ich war jetzt verwirrt. Alles klar, ich muss doch erst die zwei Kämpfe normal machen und statt Kid Buu. Also jetzt Vegito-Kampf und dann in Buu. Weil erst Kid Buu ist ja dann nicht mehr da. Komm her! Ich strebe die Spirit Bomb! Ha! Kann ich auch, du Wichser, Alter. Putz! Oh oh. Nein, ich wollte doch auch Teleportation machen. Scheißen, Drag. Komm, wer ist ab? Komm, wer ist ab? Ja, Mann! Will Cheater! Wehtun kann ich mittlerweile jetzt dann auch? Der hat einen langen Arm. Ha, ha, ha! Was geht mit dem ab, Alter? Kranker Fickkerl! Komm! Ah! Das war zu langsam. Ich drücke jetzt auch mal X. Komm schon. Komm schon. Duft's aus dem Wald. War so klar. Ich hab keine Chance. Komm schon. Nö! Wo hat denn der die KI bloß alle her, Mann? Das ist unfassbar. Ja! 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 Ist ja klar, was hier jetzt kommt, oder? Spirit Sword! Ja! Hier geht's! Genau so hätte er jetzt sterben sollen und genau so ist er jetzt auch gestorben. Und jetzt kommt ein harter Kampf. Denn jetzt bin ich in Boos Anus. Äh, ich mach jetzt KI, weil... KI hilft mir, dass ich mehr teleportieren kann. lababapalabaa! Ik bin In Bu! Da! Selbst da! Haben sie damals in der Serie übelst die Fillerfolgen eingebaut. Wo sie dann noch durch seinen Anus laufen und irgendwelche komischen äh, äh, Äh... In Bu-Familien treffen, die da wohnen oder so. Gentshat Scheiße Ah Mann, das war Weil die Kamera einfach Kamera ist Scheiße Gott sei Dank Oh, ey, da Ah Mann Ah, ich haße es Unfassbar, Alter Ich weiß gar nicht, warum ich den Teleportier-Button überhaupt habe Weil der funktioniert einfach ein Scheiß Scheißegal, wenn ich gewinne, habe ich gewonnen Hä, lustig Ah, Helm Bitte, bitte, bitte Ja, ich glaube, das war's, Leute Gott sei Dank Hoff ich's Also ja, hoffentlich, was weiß ich Halt die Presse, Hans Ah, das war's Gewonnen Was Was für ein Kampf, Mann Alter Nee Was tue ich nur, doch Ich mach KI ein bisschen mehr, es ist wichtig Ich brauch KI KI Bei Goku, doch, klar Weil vier Stufen, weißt du Wenn man das nämlich hoch trainiert Also komplett voll Dann kann ich zum Vierfachen werden Schon nach, ich glaub Sechs Leisten oder so Und das ist natürlich schon geil Und jetzt müsste er anstatt Kid Buu Eigentlich Broly auftauchen Hoffen wir mal Was für ein gigantischer Typ, Alter Schau dir mal dieses Massive Ding an Muskeln an, Mann Unfassbar Defeat die Enemy Er hat noch nicht mal angefangen Wie, zum Geier Macht er das? Ah Den seine Special will ich gar nicht abbekommen Die ist wirklich übel Ach komm Ja der Broly Der schenkt einem gar nichts Der hat auch voll viel Life Was ein Schau dir das mal an Ich bin gleich tot Ey, was ist denn nur mit dem? Ja, ich give up, Alter Scheiße, ist der hart Alter, Alter Wie ist der drauf, Mann Wo ist der? Ein harter Sack Mach's jetzt mal so Wenn ich ganz viel Geier gehabt Komme ich durch Aber es macht zumindest schon mal Schaden Ja Macht mehr Schaden Als mein Spezialangriff Oida Nein Boah, 500 Ist der irre Sag mal Wie viel Angriffskraft Hat denn der? Der ist auch sehr Also wirklich Grasser Ficker, Alter Ui, da ist der übel Ach du heilige Maria Mutter Gottes Heiliger Der hat nicht sehr Also er hat weniger Leisten als ich Wenn ich Vollgas mach Aber Beam dich halt mal Keine Chance, Alter Der macht mich einfach nur kaputt Wie der abgeht, Mann Komm schon Nein Das war das letzte Bisser Funken Scheiß Energie Alter Alter, Alter Alter Was soll ich denn gegen so eine geballte Haufen Scheiße ausrichten? Was geht ab? Boah Bei dem Macht nur Schieß, ne Mehr Schaden Als alles, was ich zusammen machen kann Krasser Ficker, Alter Boah Scheiße 2000 Schaden Einfach so Krass Einfach nur krass Boah Was soll ich nur ausrichten gegen den? Ei, 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 ei Ja Der ist durch seine Skillung Ist er mir haushoch überlegen Es ist einfach so Der kann einfach Ah, der ist einfach im Arsch Al, ey Ich drücke, Leute Ich drücke, wirklich Aber er biebt sich nicht Gar nichts Er hasst mich einfach Ah, Mann Aber er hat auch genauso viele Leisten wie ich, oder? Sehe ich das falsch nicht Ich habe eine mehr Aber die eine brauche ich auch Weil wir müssen mich nur einmal treffen Das war's mit meinem Vierfachen Kacke Der trifft halt auch Wie geht denn das? Oh nein Oh nein Ja, warum auch, gell? Du Wichser, Alter Nervt mich das, Mann Dass er das dann nicht macht Obwohl es meine einzige Chance ist Bieb dich halt mal Bieb dich doch mal Bieb dich doch mal Alter, wie mich das Spiel Dann aufregt Der macht's nicht Bieb dich doch, Mann Was ist denn das immer? Ja Ich verliere es eh Ja, das war so Meine Fresse Ich bin halt überlegen Ob mein Controller im Arsch ist Ich schwöre euch Ich drücke die ganze Zeit Aber er macht's halt einfach nicht Weil er ein kleiner Pibbelberger ist Alter Alter Ich bin halt überlegen Ich schwöre, ich drücke. Aber es passiert einfach nichts. Kurze Mesen, Mann. Bin wieder gleich tot. Alter. Boah. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Der killt mich einfach, wie es ihm beliebt. Ich kann nur so gewinnen. Anders geht es ja fast nicht. Ja. Unglaublich, Mann. Der ist mir einfach immer einen Schritt voraus. Ja. Bin dich, Mann. Bin dich, komm. Wichser, Penner, Buster. Ah, Mann. Ja. Hilf mir, den Scheiß. Ja. Ich brauche kurz eine Pause. Leute. Ich habe kurz bei diesem Kantein. Ich bin aufgestanden. Ich musste kurz gehen, weil ich hätte jetzt fast meinen Controller gegen den Monitor geschmissen. Ähm. Heilige Maria, Mutter, Voidvieh, Geist. Ich weiß nicht, ob ich den schaffe. Ich glaube, vom Level her, ich bin einfach zu... Ihr seht es ja. Der ist mir einfach im Sinne von Attacke, Schaden, den er macht und KI, die er verbraucht, ist der mir so haushoch überlegen, ne. Dass ich... Ich kann, wenn dann mit Glück, nur Dirty gewinnen. Aber nur mit Glück. Ja, genau. Genau, das ist nämlich das Alter. Aber ich will nicht aufgeben, Mann. Ich will nicht einfach aufgeben. Das kann nicht wahr sein. Denn ich muss doch gewinnen können. Ne. Und wenn ich es so mache, ist mir scheißegal. Aber irgendwie... ...muss ich diesen Koloss von Muskelmasse... ...doch klein kriegen können. Nein! Das wäre es jetzt gewesen. Das hätte mir wirklich... ...wirklich, wirklich weitergeholfen. Alter, den kann man ja auch nicht ausweichen. Der macht mit einem, was er will. Mann, mach doch einmal, was ich will, Alter. Okay, das war auch nicht schlecht. Aber das hilft mir eigentlich gar nichts. Denn jetzt ist mein Hyper-Modus vorbei. Und das heißt, ich bin ihm jetzt wieder ausgeliefert. Ich bin ja wise. Keep on dirty, man! Bitte, 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 bitte! Ich muss es schaffen, Alter! Ja, das reicht! Alter, ich glaube, ich gewinne. Alter, 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 alter! Bitte, 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 Dragon Feast! Ja! Oh Gott, Götter der Saiyajins, ihr seid mir huldig! Verneigt euch vor mir! 45.000 gibt der Penner! Scheiße, der war ja der mächtigste Endboss, den ich jemals unter den Bossen des Endes vernichtet habe. Oh, ich höre jetzt an, ich muss am Höhepunkt meiner Karriere als Super Saiyajin, muss ich jetzt leider aufhören zu spielen. Boah! Der abgegangene Gasattacken drauf gehabt, ey! Oh, mir geht's gerade auch echt nicht gut, Alter, mir... Boah, scheiße, Mann! Was ist nur los? Ich sollte ja vielleicht auch mal etwas in Abwehr investieren. Die Handels sind... Was ist...